Verblüffend, wie groß es ist. Und wie viel davon haben sie noch nicht entdeckt? Was, wenn es noch viel größer ist? Wofür ist all dieser Platz gedacht? Für wildere Lickpartys natürlich. Wofür sollte man ihn sonst nutzen? Nun, das wäre denkbar. Aber glauben Sie wirklich, Sie haben... Oh, das war ein Scherz. Ich verstehe. Der war gut. Was ich Ihnen noch sagen wollte. Ich bin wirklich froh, dass Sie sich unserer Crew angeschlossen haben. Ich auch. Wir entdecken eine neue Galaxie und wer weiß, was noch alles. Ich empfinde es als Ehre, dabei zu sein. Nein, ich meinte, ich finde Sie süß und es ist schön, Sie hier oben zu sehen. Du meine Güte, Ryder! Und erst Ihre Stimme. Ihre Stimme ist, ich meine, sie ist natürlich nicht das Einzige, aber... Okay, ich sollte einfach darüber gehen, zu diesem Steuerungs-Ding. Kann mich bitte jemand erschießen? Danke, Ryder. Und nur damit Sie es wissen. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, ich meine, es wird Zeit für Pathfinder-Arbeit. Alle retten zu müssen, ist eine ernste Angelegenheit.